Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur 23. Ja, was soll ich sagen? Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der Saison und vielleicht auch dem Ende des Let's Plays, denn wenn ihr hier auf dem Bildschirm mal schaut, seht ihr, es sieht glaube ich nicht so gut aus. Also, wenn ein Bundesliga-Verein noch 267.000 D-Mark auf der hohen Kante liegen hat, dann ist das schlecht, vor allem am 30. April, denn nach dem 33. Spieltag der Saison 93-94, nach dem 30. April wollen meine Spieler vermutlich Geld sehen. Kann ich auch verstehen, die wollen wahrscheinlich ihre Miete bezahlen oder sowas Verrücktes und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht funktioniert. Gut, ja. Geld ist nicht mehr wirklich da. Ich hätte noch eine Immobilie, die kann ich verkaufen, übrigens inzwischen auch mit ordentlichem Verlust hier. 490.000 Mark ist sie noch wert. 423 habe ich dafür gezahlt, genau. Die könnte ich also noch verkaufen, aber dann ist auch schon Schluss. Also, wir werden sehen, wie sich es jetzt weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Spiel gegen Lautern, vielleicht wird es heute auch eine etwas kürzere Folge und dann nur mit dem einen Spieltag und mal sehen, vielleicht der ersten Pleite schon. Wenn es doch weitergeht, dann geht es vielleicht auch weiter mit dem Let's Play. Wir werden sehen. Wir müssen uns überraschen lassen. Was jetzt auf jeden Fall ja fertig ist, ist mein Stadion. Da habe ich jetzt ja mehrere Blöcke ausgebaut. Hier Block F und Block B um jeweils 3000 Plätze nochmal. Das ist endlich fertig. Das Problem ist, dass ja trotzdem keiner kommt zu meinen Spielen, weil es ja nichts zu sehen gibt. Wobei man dazu sagen muss, das letzte Spiel lief ja mal endlich ein bisschen besser. Und hier, Entschuldigung, entsprechend sind wir jetzt zumindest mal von Platz 14 auf Platz 12 hochgerutscht. Das ist schon mal ganz schön. Zwei Siege in Folge. Möglicherweise schaffen wir es also doch noch hier, uns so im Tabellenmittelfeld zu halten. Erst sah es ja so aus, als wären wir eher ein Kandidat für den Abstieg. Ja, was können wir uns noch anschauen? Also das Problem ist, tatsächlich über die Saison hinweg, ich habe, das mit dem Geld hat alles nicht geklappt. Ich hatte, glaube ich, auch nicht die besten Sponsorentarife. Ich habe das alles so schnell am Anfang abgeschlossen. Vielleicht hätte ich auch einfach mal ein, zwei Spieler verkaufen sollen, um da ein bisschen Gehalt zu sparen. Jedenfalls ist ein ganz wichtiger Punkt eben, sind die Finanzen. Die haben mich ja auch dann davon abgehalten, beispielsweise ins Trainingslager zu fahren nochmal. Auch das habe ich nur ganz zu Beginn der Saison in der Vorbereitung gemacht. Und das macht sicherlich auch was mit meinem Team. So, wir haben jetzt unser Spiel gegen Kaiserslautern. Die sind Dritter in der Tabelle, auch mit einer wirklich höheren Durchschnittsstärke. Moral ist bei uns jetzt besser. Ich meine, das ist natürlich nach zwei Siegen auch kein Kunststück. Konditionen sind wir aber schlechter, Technik schlechter, Form besser. Okay. Das Hinspiel ist unentschieden ausgegangen. Und dann werden wir jetzt mal sehen, ob es jetzt zu Hause gegen Lautern besser aussieht. Anstoß. So, Nela, durchschnittlich pfeift er großzügig. Das Spiel geht los, fünfte Minute bereits. Ja, bisher eher nicht so spannend. Aber 19.000 Zuschauer sind tatsächlich für unsere Verhältnisse gut. Und da ist die erste Chance. Basler zieht ab, Torentfernung 30 Meter. Bei der Ball geht neben das Tor. Weiter geht's. 25. Minute. 30. Minute. Hm. Joa, hält sich alles hier in Grenzen. Leicht bewölkt bei 12 Grad. 19.000 Zuschauer hier beim Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Jetzt gelb für Lautern kurz vor der Halbzeitpause. Es steht immer noch 0 zu 0 Halbzeitpause. Und ich denke, ich werde mal eine kleine Ansprache in der Halbzeitpause machen. Das ist ja was, was tatsächlich erst bei Anstoß dazugekommen ist. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie es mit den Nachfolgern von Hedrick aussah. Freistoß, aber gehalten. Da hat es ja auch noch einige gegeben. Und tatsächlich habe ich da noch nicht so den Überblick, was sich dann danach noch getan hat. Weil für mich tatsächlich die Zeit des Bundesliga-Manager mit dem Bundesliga-Manager Hedrick endete. Ich habe das schon vor ein paar Folgen gesagt. Ich habe inzwischen nochmal eine neuere Version auch gekauft. Gebraucht. Neu gibt es da ja nichts mehr. Basler jetzt nochmal mit einer Chance. Und da wird es vielleicht dann auch ein Let's Play zu geben. Dann können wir uns das mal angucken, was sich da noch so... Ja! Sauber! Was sich da noch so geändert hat. Aber ja, tatsächlich sind diese Änderungen mit Halbzeitansprachen und so für mich eher verknüpft mit Anstoß. Anstoß hat ja insgesamt auch viel geändert. Ich erinnere mich eben auch dann daran, dass dort die Kommentare und sowas, das war natürlich damals großartig. Also wenn wir uns hier die Torchancen angucken. Und dann gab es da ja diese, naja, 3D stimmt ja nicht so richtig. Aber diese etwas realistischeren Torchancen und dann ja auch zum Beispiel Kommentare von Marcel Ralf oder was. Die hatten den ja. Dann konnte man da die Spiele mit so einer Kommentierung oder die Torchancen zumindest sehen. So, ich wollte mal auswechseln gerade. Und zwar würde ich mal Hopsch für Rufa und Thorsten Leger. Ne. Ja. Ach, den Sauer mal hier in Bayersdorf. Der hätte auch stärker. Okay. Nochmal am Ende hier ein bisschen. Nochmal eine Chance für Bremen. Nichts passiert. Also das war aber die langweiligste Chance von allen. Da stammt noch nicht mal zwei Text. Bratzeit jetzt. Zieht ab aus 35 Metern. Abgefälscht. Aber gehalten. Na ja gut. 1-0 wird mir ja reichen. So, Kaiserslautern. Ah, jetzt mit einer Chance. Nach Auswechslung. Okay. Ja. Das haben wir gewonnen. Das dritte Spiel in Folge gewonnen. Super. Ja. Das ist bombastisch. Was hat der Computer? Hat der Tipp gehört? Ne. Okay. Ja, gucken wir uns mal die Sportschau an von diesem Spieltag. Hm. Also da stand ja weiterhin Platz 12. Da wird sich also jetzt nicht viel getan haben. So. 1860 München. Verliert gegen den BVB. Boah. Guckt euch das mal an. Was waren da Chancen in dem Spiel? Ziemlich deutlich für den BVB. Das hätte noch ganz anders ausgehen können. Schön. Aber keine Karte bei gewesen. So. Der VfL verliert gegen Eintracht Frankfurt. 1-2. Aber überhaupt bisher wenig Karten. Hier bei uns. Ja. Wir gewinnen. Tor durch Goldschmidt. Nach Vorlage von Bratzett. In der 73. Minute. Bayer Leverkusen verliert gegen den FC. Da hat auch nur der FC gespielt oder was? Wie sieht das hier aus? Vier Karten beim FC. Sogar eine gelb-rote. Und trotzdem gewonnen. Das Tor sogar dann in Unterzahl. Nicht schlecht. Ja. Bayern München. Die sind ja unsere Tabellenführer. Boah. Das war aber auch hier eine knappe Kiste. In der 85. Minute nach einem Freistoß. Okay. Dann Dresden. Mönchengladbach. Unentschieden Dresden. Das ist gut. Die sind hinter uns. Oh yeah. Na hier ist wenigstens mal was passiert. Stuttgart gewinnt 5 zu 1 gegen Bayer 05 Uerdingen. Na die haben noch einen Ehrentreffer gemacht hier in der 80. Minute. Aber vorher sieht das doch ziemlich eindeutig aus. Der HSV. Der hat vor allem Karten gekriegt. Und 1 zu 1 gegen KSC. Auch gut. Die sind auch hinter uns. Also der HSV auf jeden Fall. Duisburg gewinnt 2 zu 0 gegen Freiburg. Da waren jetzt ein paar Karten mehr, ehrlich gesagt. So. Votava ist in der 11 des Tages. Das ist aber auch schon alles. Na gut. Ja. Aber schön. 21 Karten. Eine rote davon. 258.400 Zuschauer. 20 Tore. Recht durchschnittlicher Spieltag, ehrlich gesagt. Ja. Wir mit unserem dritten Sieg in Folge. Aber weiter auf Platz 12. Was fehlt uns denn zum MSV? Das sind noch 3 Punkte auf jeden Fall. Und dann haben wir eine deutlich schlechtere Tordifferenz. Also im Prinzip bräuchten wir 4 Punkte, um die zu überholen. Die hatten jetzt, die hatten auch gewonnen. Das ist natürlich schlecht zum Aufholen. KSC hatte unentschieden gespielt. Okay. Ja. Naja, ich denke, also da müssen wir uns keinen Kopf mehr drum machen. Es ist ja nur noch ein Spieltag. Wir werden auch hier landen. Abstiegsfränger haben 23 Punkte. Selbst wenn die also gewinnen, würden die uns nicht mehr einholen können. 18,60. Ist also... Ich sag mal, wir haben uns in der Tabelle gerettet. Ja. Das ist schon mal geschafft. So viel kann man sagen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Heimtabelle sind wir 12 da. Auswärtstabelle... Oh. Also wir sind zu Hause auf jeden Fall besser als auswärts. Unentschieden, unentschieden, Niederlage, unentschieden, Niederlage. Da waren wir... Na, da sind die Siege, aber trotzdem. Statistisch gesehen... So. Okay. Die wollen Basler für 3 Millionen kaufen. Na, Basler will ich natürlich auf gar keinen Fall eigentlich loswerden. Aber das wäre meine Chance nochmal auf Knete. Denn ihr seht jetzt, ist hier oben doch ein Minus davor. Minus 35.000. Aber Basler, 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 Basler. Für 3 Millionen. Ähm. Wie geht das denn hier? Ah, wenn ich doch mal so schlau wäre und wüsste, wie das... Hä? Der ist schon auf der Transferliste. Achso, der ist auf der Transferliste. Ja, wie geht das denn? Ich verstehe es nicht. Ich bin zu doof dazu. Hallo. Nein, ich will keine Suche. Ich will den doch eventuell verkaufen. Ich bin zu doof, das zu machen. Nein, auch kein Vorschlag, auch keine Suche, kein Abwerben. Wie geht es? Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, und ich habe das Handbuch gerade nicht daneben liegen. Oh, mhm. Was muss ich denn klicken? Links klick, macht nichts. Rechts klick, wechsel zwischen den zwei Seiten der Spieler, die wir zur Verfügung haben. Nein, ich will ihn auch nicht... Ich habe doch ein Angebot für den. Nein, ich will ihn nicht vom Transfermarkt holen. Leute, das muss doch irgendwie jetzt gehen. Ich habe doch ein Angebot für den vorliegen. Vielleicht nochmal in die News? Wo sind denn nochmal die News? News, News, News. Das ist der Kalender. Sonstiges. Verein. Untermenü Manager. Da. Nachrichtenfenster. Der FC Liverpool. Ja. Wie geht es? Mann. Zu blöd dazu. Ja, Usability, ne? Von Software aus den 90er Jahren. Also, es haben sich ja... Das ist auch interessant, wenn man sich bestimmte Spieletypen anguckt. Ich meine, ich spiele ja jetzt in dem anderen Let's Play gerade Ascendancy. Auch da, wie sich so bestimmte Arten etwas zu steuern auch etabliert haben natürlich. Noch drastischer ist das, wenn man jetzt aus der Zeit vielleicht Dune 2 spielen würde. Der so als Mitbegründer des Real-Time-Strategy-Bereichs gilt. Auch wenn es sicherlich nicht das erste Spiel war. Aber, ja. Und da sieht man ja auch schon, dass bestimmte Dinge, die sind da ungewöhnlich gelöst. Und die haben sich später anders verfestigt. So, dieses Gruppieren von Einheiten und solche Dinge. Naja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zu blöd, den Basler zu verkaufen. Ich werde also wahrscheinlich pleite gehen, weil ich nicht schaffe, einen Verkauf zu machen. Das kann doch nicht sein. Ich will den auch nicht abwerben. Nein, ich will keinen abwerben. Ich will den doch verkaufen. Der steht schon auf der Transferliste. Ja, ich weiß. Nein, ich will den nicht vom... Also... Aber da steht jetzt, es liegt noch kein Angebot vor. Ich meine, der ist doch nicht umsonst markiert. Da hilft nur eins. Also mit den 35.000 Minus ist ja jetzt kein großes Ding. Ich verkaufe jetzt einfach mein Haus. Ähm, verkaufen. Eins, genau. Eins, ja. Und jetzt haben wir erstmal wieder Plus. Und, ähm, das ist der letzte Spieltag. Den gönnen wir uns tatsächlich auch erst in der nächsten Folge. Also heute mal eine kurze Folge. Ähm, ich speichere jetzt. Und dann, äh, hole ich mal die Packung mit den Handbüchern wieder raus. Und schaue mal rein, äh, wie das funktioniert. Ähm, nächste Folge, äh, sehen wir hoffentlich mehr davon. Dann, äh, ja. Das letzte Spiel ist gegen Eintracht Frankfurt. Wir gucken uns das mal einfach noch eben an. Wie gesagt, wir werden im Mittelfeld der Tabelle landen. Da, wo wir jetzt auch sind. Wahrscheinlich auf Platz 12. Ist wieder der Dritte. Ja, die haben sich da die, äh, die Klinke in die Hand gegeben. Hier Stärke 90. Ähm, ja, unsere Chance nochmal vielleicht zu zeigen, äh, dass wir jetzt gerade, äh, auf der Gewinnerspur sind. Also das kann klappen. Und, äh, ja. Ich guck mal, Basler, ich mein, ich möchte den nicht verkaufen, ne. Das ist schon echt ne, ähm, das ist schon so ein Ding, ne. Aber drei Millionen haben oder nicht haben, ähm, damit könnten wir vielleicht, äh, die nächste Saison mal noch ordentlich angehen, ohne direkt pleite zu sein, ne. Ja, äh, es tut mir leid, dass es so ein bisschen wirr ist hier jetzt gerade, weil ich nicht so weiß, wie die Bedienung geht. Also, äh, da sieht man ja auch daran, ich hab den Transfermarkt jetzt die ganze Zeit nicht genutzt, ne. Ähm, ich weiß, da gibt's irgendwie jetzt so komische Fenster. Die müssen wir ja so overlays nochmal. Aber ich, äh, hab jetzt gerade alles Mögliche schon versucht. Es gibt sicher irgendeinen Trick und ich hoffe, der steht gleich im Handbuch. Das heißt, das werdet ihr erfahren in Folge 24, in der wir dann auch den letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 93-94 hier im Bundesliga-Manager Hedrick spielen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und, äh, ja, hoffe, ich sehe euch dann wieder. Ähm, wenn ihr euch die Zeit bis dahin noch überbrücken wollt, äh, ihr könntet mein Let's Play zu Sentency gucken oder weil ihr ja offensichtlich eher an Fußball interessiert seid, äh, es gibt auch ein Let's Play zum Bundesliga-Manager Professional. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Thomas von Dom2DomGames.